was geht ab leute bei den speck am start hier auf meinem kanal die abonnenten haben mir gesagt wo der stern ist ihr habt vielleicht schon den stern vielleicht aber auch nicht ich zeige euch jetzt wo der ist mit den abonnenten zusammen und wie gesagt ihr könnt gerne einsammeln sagt wenn ihr schon habt ist gut und noch nicht denn es habt ihr ihn jetzt gleich und ich würde sagen lasst gerne like und abo da müsst ihr natürlich nicht aber würde mich freuen alles kosten zeigen wir euch mal wo der stern ist wenn er bei dem blauen hier oder bei dem roten aber es sieht nach dem roten aus und da fliegen richtig viele leute man sieht es alle an den stern anscheinend alle wollen ihn und ja hier ist er danke auf jeden fall noch mal alle die es mir gesagt haben hier ist der stern hier seht ihr ihn und ja einsammeln und zack schon habt ihr den und ich sagen haut rein bis zum nächsten mal gönnt euch